Kann ich was fragen, bitte? Ich habe eine Frage. Mein Name ist Benjamin, ich bin Fotograf. Ich fotografiere unterschiedliche Menschen auf der Straße. Ich habe schon Polizisten fotografiert, Feuerwehrleute. Ich habe aber noch nie Rettungskraft fotografiert. Und das möchte ich einfach als Dankeschön machen, euch vielleicht Gruppenbild machen oder sie alleine. Als Wertschätzung. Das landet auf TikTok. Weil sie rettende Lebensmenschen und die Gesichter muss man kennen. Ein bisschen zusammen vielleicht. Jawohl, so. Eins, zwei, drei. Und jetzt einzeln, wenn es geht. Bleiben Sie so, wie Sie jetzt stehen. Okay. Schauen Sie mal zu mir. Jetzt Sie. Eins, zwei, drei. Und Sie bleiben so. Schauen Sie mal. Voll cool. Mega cool. Ja. Musik 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 Musik